BABABAM BABAM 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 BAK Jetzt geht's auf Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Insel Zipta hier bei Conan Exiles So, hier haben wir jetzt endlich Wow Was zu bringen und zu essen geholt Wir stehen jetzt bloß auf der anderen Seite von dem Teil Wir gehen jetzt da entlang zurück Schauen wir mal da bei dem Dorf vorbei Dann gehen wir heim Dann seht ihr, dass ich da schon eine Bettrolle gelegt habe und ein Heimatzeichen gesetzt habe Ich habe jetzt ein paar Tage lang Material hergestellt Da rüber transportiert und da werden wir wohnen So den Abschnitt da Oder vielleicht den ganzen Abschnitt Mal schauen, wie groß wir werden Momentan habe ich Bis da so im Auge ungefähr Dann kommen die Jungs und Mädels Und Golems und Tiere Wenn wir, wie ihr mir ja schon gesagt habt, die Golems heilen sie nicht, oder? Aber wenn er hin ist, ist er hin, dann machen wir so ein neuer Teile haben wir noch nach Hause, glaube ich Und dann haben wir gedacht, wir rüsten uns da einmal so weit aus und gehen wir mal zum ersten Dungeon Ich habe mich mal erkundigt, wo es hier los geht Und das erste Dungeon ist Ja, da sind wir angefangen D1, das ist Level 15 Plus Dann machen wir es dann auf dem Weg hier Wenn ich immer nur keinen Tänzer gefunden habe Leider Aber vielleicht läuft uns ja da vorne noch einer über dem Weg, den nehmen wir dann schnell mit So, schauen wir, was da rüber geht Oh, schwarzes Eis, das müssen wir abbauen Das brauchen wir auf jeden Fall Ja, aus dem Morgen, gell? Ah, der Schwede ist ein blöde Verhältnis Dann bauen wir es halt nicht ab Ich kann mir nicht erlauben, noch mehr zu kriegen, bevor ich einen Tänzer habe Sonst habe ich irgendwann bald gar kein Leben zu nehmen Wenn es so weiter geht Die wohnen da oben Aha Ja, wir brauchen einen Tänzer Wir schauen da um mich rein, um einen Tänzer für den Cookie Geh, aber Ich muss ja, weil wir vorne dabei sein Reicht, wie ich nicht dabei bin Sind ja Menschen, da nehmen wir uns halt Dolche, die bluten schön Genau das war der Plan Ich muss ja, ich muss ja auch mit Kämpfen Hallo Der Chef muss wieder den Umständlichen weggehen Nicht wieder runterhupfen Nein Aus den NPCs gehen wir nicht, aber ich falle noch bei mir Ist das zufällig Ein Magierschädel? Da nehmen wir doch glatt mit Eisenbahn nehmen wir auch mit Der Magierschädel, der fällt da schau her Exquisites Fleisch Wo sie gehen Exquisites Fleisch, schau, Leckerli Ein Leckerli kriegt der, weil der bloß so brav ist Oh, ein schwarzes Zelt ist nicht mehr mit Das hat zum Fall nicht mehr mit Der Kadaver von dem Wunsen, der liegt da unten irgendwo rum Also, ich hab bloß Pfeile dabei Gut Metzl, Metzl, wir uns da mal weiter tun Dann fahren wir einfach mal vorbei Wahrscheinlich, weil sie noch nie ein Kohlium gesehen haben Deswegen wollten sie zuerst einmal den ergreifen Nein, nicht die blöde Schüssel Die Schüssel braucht keiner Habt ihr da zufällig Fallen Auf den Wunden müssen wir aufpassen Der greift zu schnell Leuchtschleim, Stahlverstärkungen braucht mehr zum bauen Ich hab's Gamma jetzt ganz hoch da So dass man da ein bisschen mehr sieht Achtung, Fallen Mädels und Jungs Schmied Can't say it again Wow, 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 wow Chaos Was hast du so? Schwarzes Kousan, oh, schwarze Seide, ne Mammelt Jetzt hab ich grad Zeit nicht zum schauen, was da alles rumläuft Hoch, da brauchen wir nicht Seide, wie sieht's Ich hab die anderen schon wieder gemetzelt, sehr gut Eisenbückel, Wasserflaschen für Pfeile und so weiter Da haben wir einen Magierschädel Das Leder nehmen wir noch mit So Ja, da oben wieder Da vorher wieder drehen wir oben Das und das Das kannst du kalten Genau, zu ist jetzt da umgebracht Schmelzer Ein Melzer Ich weiß noch nicht, für was man das braucht, aber mein ich muss auch leben für mich, das glänzt so schön Ich bin wohl tot Gibt's nichts zum retten diesmal Gibt's nichts zum retten diesmal Ich bin ja mal drüber Aua, klar bin ich in die Falle neiglaufen die platz macht man ja nichts dabei das war das gefällt ganz schön fallen lustig da jetzt mal schnell ein heil hier rein Ah, jetzt drückt sie mir den Kisten, ey, Jungs! Jetzt hat sie mir ja getwittert. Jetzt kommt man in den Lunden, so wie es D.K. Gummling, du öfter nichts. Jungs und Mädels haben das geklärt. Die haben sich ja versteckt da. Schon meint da war irgendwas tolles dran. Hallo Golem. Ja. 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 Ich bin. Wollt. Wer schießt denn da auf mich? Nein da unten. Zimmermann. Und der Magier. Stein. Nein. Nein, ich möchte den anderen looten. Schriftrolle. Ich bin wieder in die blöde Fall hineingelaufen. Stehle an einer Streitkolben, den nehmen wir mit, falls unser Trainer. Gegen wen kämpfen wir denn? Irgendwas haben sie wieder umgebracht und ich weiß nicht was. Die sind so flott. Ich bin mir mit dem Schauger nicht nach. Die leiden die Metzeln. Da war ein Tänzer gewesen. Oh nein. Ja da müssen wir es einfach mal verkauft machen. So ein T4. Und hoffen einfach, dass er Tänzer ist. Der Golem zwiebelt auch schon ganz schön rein. So ist es ja nicht, gell? Ich meine da ist er nicht mehr heil. Das ist natürlich blöd. Aber solange er kämpft. Jetzt ist er schon. Nein, 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 nein. Boah. Jetzt geht es mit meiner И am Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah. Wir sind unsere Magie und so weit gehen. Wenn man's lockern will, ist der Koffer. Jetzt findest du deine Schiffe, die meine Flute auf jeden Fall in unsere Honest-Tempen, um die Verordnung und Verordnung zu den Westen. Du und deine Baccheneer sind auszuladen, die meine Flute zu tun. Und ich werde nicht auf das. prinz graxus auf stieg ja der prinz graxus oder anscheinend schiffe verloren an die piraten wir haben auf jeden fall bessere waffen dann für das dungeon muss nicht so schnell kaputt gehen das kann man nicht nur zu deko zwecken sie gold und silber ein bisschen schwefel muss aufpassen wo ich hier arbeite oder nicht ob ich vorhin bin ja da ja auch schnitzelte regal immer mit das ist mein golemski das kann ich das nicht mehr so mehr trocken aber schwefel 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 sich Dann kaputt gell, er hält sich wirklich nicht mehr. Oh nein, so ist es halt. Ja, die Truhen habe ich durchgeschaut. Da ist noch Müll drin. Schauen wir mal, wo es da hingeht. Ach so, ein Kopf. Die haben wir uns selber. Oh, alle Fallen ausgelegt. Die Schweinebande. Ja, da kämen wir jetzt Winni-Domi-Mädels. Ich muss ja so aufpassen. Nein, ich will voll. Ich gebe ja gelüft, okay? Ich hau es mit der Staffel. Ich werde es nicht weg. Ich werde es nicht weg. Ich werde es nicht weg. Kannst du mich lieber machen den nicht schnopfen eigentlich Jetzt haben wir endlich eben nachgekommen, die Explosionsflaschen schmeißen die Hasse an mir rein, das tut so weh, Kopf, Affell, so, jetzt bringen wir mal einen Schluck. Jetzt noch mal einen Hoppen, Doppelschwerter aus Stahl, Stähl an einer Streitkolben. Der Bluf, du schaust auch nicht mehr fit aus, das soll ja nicht gehen, weil dann kämpfst du ja damit. Das ist ein Wauwau, ein bisschen Hundi, oh nein Hundi hat es wieder erwischt. Da liegt er, total der Mard. Hunde sind nicht dafür geeignet, glaube ich, zum Mitgehen, die haben einfach zwei Lebenspunkte. Haus und Hofhund, der andere bleibt da oben, den nehmen wir nicht mit. Dann verleben wir da die Oma Hundi, da gehen wir auch nix dafür. Kletterhandschuhe, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, da spinnen wir nicht, ob ich. Ja, ja, lach. Machst du schon an, es hilft alles nix. Kletterhandschuhe, das ist ja auch nix. Kletterhandschuhe, das ist ja auch nix. Kletterhandschuhe, das ist ja auch nix. Kletterhandschuhe, da gehen wir da. Irgendwie habe ich ohne Drei verreckt, wahrscheinlich nicht. Dann gehen wir so wie wir gekommen sind. Bleiben wir da ein bisschen abkürzen. Dann gehen wir da ein bisschen abkürzen. Ah, das ist schon wieder. Wir haben da auch schon Boga geschmissen, glaube ich. Wo haben wir denn jetzt eigentlich? Nein, auf der Seite. Okay. Da geht's auch an. Ach, der Magier. Äh, doch noch gefunden. Alle da? Ja. Jetzt haben wir den Hund schon wieder verloren. War auch schon Level 2. Aber der hat noch nicht einmal über 1000 Lebenspunkte gehabt. Also nicht geeignet für den Ausflüge mit mir. Oh, das ist von zwei Knöpungen. Das ist schon mal wieder, wie ich mich mal vorang komme. Oh! ih! So, jetzt kann man jetzt nur schauen, wie da nur einen Tänzer da haben, obwohl wahrscheinlich nicht. Wenn einmal ist ich da alleine, sonst habe ich ja wieder nichts davon. Die Hand zieht so schnell um, bis ich schaue, haben die die kaputt geholt. Du hast ja nichts mehr zum Essen geh Wolf, du hast nichts mehr zum Essen. Sag halt was, da, halt einmal Schnitzel mal. So, eigentlich auch nichts mehr zum Essen. Eieieiei, Andrea, Andrea, du hast schon 2000 Lebenspunkte verloren. Habe ich dazu, jetzt gehen wir heim und ich lade da heim einmal das Zeug aus. Dann rüsten wir uns aus für das erste Dungeon. Und da werde ich euch dann abholen. Kurz bevor wir dort sind, bei der Weg, den Folgen ist es bestimmt eine Folge wieder den Weg mit der Oma zum Latschen oder mit den Gegner gemeinsam, mit den Gegner gemeinsam. Oh so, der Geiz. Nur angreifen, wenn ich es sag. Gleiches ist ein Tänzer dabei. Wenn man D2 und das Quartense, dann gehen wir definitiv. Umling. Können wir den Bogen schützen. Ja, was kommt, was Interessanz? Nein. Oh. Oh. T4 Magier. Aber eigentlich wollte ich den Tänzer. Oh. 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 Also da die kleinen Gegner, das ist einfach bloß ein Gemetzel. Einfach nur Gemetzel. Ich kriege jetzt zum Beispiel für den Zaubererinnen, Neimzauberern, dann kriege ich mich für den mehr. Zimmermann, nicht ein Tänzer zur Hölle. Ich bin ein Tänzer. Ich bin ein Tänzer. Ich bin ein Tänzer. Ich bin ein Tänzer. Nen Gott, auf! Jetzt wird keine Haust scharren mehr. Jetzt wird keine Haust scharren mehr. Da bin ich oben vorhin. Warte mal, mein Gehwolf da vermöbelt. Wenn er wieder ein Sieg da rüber kriegt, wird er wieder geschimpft. Die ganze Zeit, lasst du ihn verhauen! so fesseln oder doch aber den immer mit waren dass er heller färbe zusatz zum frau wenn man nun verloren wenn man träger mit oder auch nicht doch du kommst damit okay die katze das war der kelwin das käme doch nicht auf die danke wir sehen wir uns auf jeden fall wenn man die vier zauberer dabei ist danke fürs zuschauen danke fürs dabei sein like und kommentar waren super als er gerne die videos lasse teilhaben das sonst gibt es schon erwachsen dann und so danke bis zum nächsten mal